ja jetzt bin ich wieder hier gefangen na gut ich werde jetzt noch einmal den also den durchgang durch die enderletts noch machen wenn es mich dann wieder raushaut dann werde ich wieder nach unten gehen dass wir endlich mal weiter vorwärts kommen wir haben nämlich ja doch ein bisschen was zu tun das war gemein ja so das ist ja auch von der anderen richtung einer kommen und das hat hier nichts gemacht und hier ist auch der wo ein knopf hmm 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 Hier sehe ich halt auch nichts. Das portet mich da rein. Nach Süden gibt es nichts. Nein, und nach Norden wird es mich da hin porten. Und der portet mich entweder da oder da hin. Also ja, da hin. Ach so, von Devil's Shift aus bin ich da reingekommen immer. Hm-hm. Und das bringt mich da hin. Wie gesagt, ich möchte zu den Summen da oben kommen. Ich muss mir dazu wahrscheinlich ernsthaft den gesamten Netherland Walkthrough angucken. So, das bringt mich hier rein. Hm-hm. Und damit kann ich mich nur hier... Könnte ich mich hier rein porten? So. Aber... Das hier macht überhaupt nichts. Nö. Tja. Dann kann ich jetzt hier rasten und darauf warten, dass der Nether... ...Dinger abgelaufen ist. Jo. Wir sind wieder hier. Und möchten gerne runter in die Horus-Minen. Ja, zu Only the Fallen werden wir nicht kommen. Jedenfalls habe ich da nicht den Eindruck, dass wir hier reinkommen. Und ja, ich sehe ihn doch dahinter schon wieder einen Watcher und Teleporter. Äh. Du hast doch diese Statue. Nö. Ich muss auch eigentlich mal rausfinden, was der Drache macht. Mauted Grip. Could it be enchanted? Drankets are supposed to be present. Oh, God. Shesh. Maybe if... You were to hold it when... Ja, when what? Ich muss ihn auf jeden Fall halten. Das weiß ich. Äh. Verlaufen. Muss ich nämlich den Weg hier nehmen. Den Old Tour of Light, den hatte ich jetzt bereits. Ich habe übrigens hier immer noch ein Secret gehabt. Ja, hier in dem Ding hatte ich hier noch das Secret, aber... Ich weiß nicht, in welcher Reitfolge ich schnell die Sachen drücken muss. Bodybuilding-Handbuch. Kann auch mal mit für die Zentralkammer. Das hier ist schon zu spät. Da wüsste ich nicht mal, ob das, was da drin liegt, überhaupt noch wertvoll ist. Ja. Sort of nix. Und ja, hier ist unsere... Zentralkammer eigentlich. Nicht mehr oder weniger. Temper Bracers. Das ist ein... Fighter Equipment, oder? Ja. Hot Stones. Oh, die können wir überhaupt mal einfach mal mitkommen. Das ist der Tainted Dagger. Die Cursed Zauber haben wir übrigens auch noch nicht, hä? Dark Vortex, Resurrect, Scroll of Banish. Ähm, nee. Nicht hier, wenn dann hier. Lifesteal. Smite Undead, Dark Missile, Missile, Cleansing Light. Z-Portal, Silence, Return Portal, Siphon Item. Guardian Staff, Silence. Ähm, nö. We Charge Item. Gut. Das ist unser ganzes Knochenzeug. Das Ding kann transportiert werden. In was denn? Ich brauche 46 Earth Magic. Wie das Ding funktioniert, habe ich auch immer noch nicht herausgefunden. Necrochemi. Hm. Necrochemi. 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 Das war grad necroch. Ne, das war... Chitin Alloy Bow. Okay. Serpent Bow. Ich war weg. Ich bring die beiden immer durcheinander. Transportation geht so rum. Coil of the Serpent. Wow. Assassin Equipment. Attack Power. Equipment. Das ist ne Nahkampfwaffe, hä? Can't use. Mhm. Ich glaube auch eh nicht, dass wir Assassination irgendwann mal auf so ein Level kriegen. Ja, Reforging Flames und so weiter. Hier vielleicht noch was? Leather Pants. Reforging Flames. Was passiert, wenn ich da... da Reforging Flames draufmach? Reforging Flames und blazing Scepter. Rest of Flame Proof. Protection of Fire Resistance, hä? Reforging Flames und blazing Scepter. Okay. und hier sind nur notizen drin ja gut ich sollte mal alles ein bisschen wieder einsortieren bücher nicht unbedingt schriftrolle kann hierhin noch eine schriftrolle das kann transportiert werden naja super so das auf den rüstungshaufen und dafür bin ich noch nicht mächtig genug in erdmagie da wird es da runter gehen ich will eigentlich den direkten weg über den palast nehmen ich will nicht über geirs gateway noch herum irren so die adderlands hätten wir so jetzt will ich mal ausprobieren nein das hat nichts gebracht wenn ich das in der hand halte während ich nen kristall anklick hier sind übrigens auch noch ziemlich viele sachen die rumliegen und ja da ich jetzt ja zwei storm bolter habe das name geht kein richtiges storm bolter damit würde ich hier ordentlich aufräumen dungeon ja dungeon auf der anderen seite also das ist hier eigentlich ach so hier war ich schon drin das war mit den fackeln äh falsche richtung hier runter jetzt sind wir wieder in den horusmin so da hinten waren wir schon da wollen wir nicht noch mal hin so der würde uns wieder raus bringen aus den horusmin das ist mein händler könnte ich transportieren es darf die in ein stuff defense blade ok hier 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 hier